Herzlich Willkommen auf Hansa, hier in Huckharde, auf der Kokerei. Wenn du magst, erkläre ich dir ein paar Dinge, was hier früher war, wie eine Kokerei funktioniert und was hier heute so los ist. Alles was du tun musst, folge den Bildern und versuche dein Bildschirm der Umgebung anzupassen. Also, los geht's. Immer die Straße entlang und pass auf, wo du hintrittst. Hier wird gerade viel restauriert. Die Kokerei ist ein Denkmal und das soll auch noch lange so bleiben. Man kann diese riesige Anlage in zwei Bereiche unterteilen. In Schwarz und in Weiß. Schwarz, weil Kohle und Koks natürlich ziemlich viel Dreck mit sich gebracht haben. Und Weiß, weil hier auf der weißen Seite, wo wir uns gerade befinden, chemische Stoffe verarbeitet wurden. Und hier war es im Gegensatz zur schwarzen Seite natürlich blitzblank. Schau mal da links, die hohen Stahlgerüste. Die waren früher noch verkleidet und haben mit Hilfe von Luft Wasser gekühlt. Sogenannte Natur zu kühler. Das Wasser wurde zum Kühlen von Gas benutzt. Mehr als 3500 Kubikmeter Wasser sind hier pro Stunde durchgeflossen. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Musik Musik Das Gelände bietet heute viel Raum. Raum für Kreativität. Für Kunst, Kultur und Musik. Es gibt auch Führung, manchmal sogar nachts. Das kann dann schon mal ein bisschen unheimlich werden. Guck mal da, mein alter Freund Bülent. Hey Bülent! Ich klatsche in die Hände und sage dir, wo lange es geht. Es geht durch den Pott, weg von den Horns. Auf und davon zu Tonnen von rollenden Kohle-Waggons. Herzlich willkommen. Jeder nach seiner Fasson. Vergiss Glück auf. Die Kohle ist gescheffelt. Jeder struggelt und hustelt und macht seine Patte auf. Gut Glück. Für ein bisschen Luxus. Ein bisschen für Familie. Für ein bisschen Zukunft und ein bisschen mehr Liebe. Ich sag's mit Stolz und mach's wie Pachel. Ich komm aus Dorsten und ich kann es schaffen. Ich kenn meine Straßen. Ich war schon unter Tage. Die fetten Jahre sind vorbei und die goldenen matt. Ich weiß, was ich hab. Weiß, wohin ich will. Ein Teil der Stadt pulsiert durch meine Adern, wenn ich spreche. Ich bleib gechillt. Fahr meinen Film. Halt kurz still und schau über die Skyline. Schaut mal da vorne. Das ist der Rote Platz. Benannt nach den vielen roten, rostigen Rohren. Damals genutzt als Umwandlungsmaschine. Aus den Gasen, die bei der Koksproduktion anfielen, wurden hier wertvolle Stoffe gewonnen. Das ist der Rote Platz.